Der Raasfeld-Podcast. Der Monatsrückblick. Präsentiert von Ihrer Volksbank Raasfeld und Erle. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Die Schlossfreiheit Raasfeld hat wieder einen neuen Bürgermeister gefunden. Stefan Wecker übernimmt das historische Amt von 1843 von seinem Vorgänger Hermann Küppers für ein Jahr. Bei einem Unwetter am Sonntag, den 9. Juli im Kreis Borken gab es laut Polizei 240 Einsätze der Feuerwehren. 15 von 17 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet waren betroffen. Vor allem ging es um vollgelaufene Keller und Bäume auf der Straße. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Raasfeld. Nach einem kurzen, aber heftigen Unwetter mussten mehrere Bäume von den Straßen geräumt werden. Besonders betroffen war der Bereich rund um die Kläranlage Raasfeld, wo offensichtlich eine Windhose gewütet hatte. Seit Beginn der Sommerferien steht der Ortsmarketing Raasfeld e.V. wieder in den Startlöchern zur Planung des Familienkalenders für das kommende Jahr 2024. Der kostenlose Kalender für alle Raasfelder bietet genügend Platz für eine übersichtliche Jahresplanung und ist zugleich mit vielen Terminen der Raasfelder Vereine und Gruppierungen sowie einer Darstellung der Müllabfuhrtermine der Gemeinde Raasfeld gefüllt. Um den Kalender mit Leben zu füllen, ruft der Ortsmarketingverein nun alle Vereine auf, ihre Termine für Aktionen und Veranstaltungen für das kommende Jahr schriftlich per E-Mail an ortsmarketing-at-raasfeld.de mitzuteilen. Einsendeschluss ist der 4. September. Die Lebenshilfe Borken baut derzeit in Raasfeld ein Haus mit acht Apartments für Menschen mit Behinderungen. Die Vertreter des Vereins Nachbarn, Eltern und zukünftige Bewohner feierten Mitte Juli nach kurzer Bauzeit bereits richtfest. Im Frühjahr 2024 sollen die Bewohner das Haus beziehen. Die Zahl der Wohnungen in Raasfeld ist seit 2010 um 17,5 Prozent gestiegen. Bis Ende 2022 betrug die durchschnittliche Größe einer Wohnung in der Gemeinde Raasfeld 110,6 Quadratmeter. Jedem Einwohner stehen durchschnittlich 48,6 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Dies übersteigt laut Berechnung von IT-NRW den Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen, wo die Wohnungsanzahl um 5,6 Prozent gestiegen ist und die durchschnittliche Wohnfläche 46 Quadratmeter beträgt. Bei den Gewerbesteuerhebesätzen in den 78 Städten und Gemeinden im Münsterland und in der Emscher-Rillippe-Region hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr nur wenig getan. Sieben Kommunen haben die Sätze moderat erhöht, drei gesenkt. Das hat eine Umfrage der IHK Nordwestfalen ergeben. Die Gemeinde Raasfeld gehört zu den drei Kommunen, die 2023 den Gewerbesteuersatz gesenkt hat. Anfang August startet das neue Schuljahr und für viele Schulkinder ändert sich auch der Schulweg. Damit sie sich mit dem Bus und Bahnfahren vertraut machen können, gibt es das kostenlose Eltern-Kind-Ticket. So können Eltern mit ihrem Kind das Ein- und Aussteigen sowie das Verhalten während der Fahrt gemeinsam üben. Der Raasfeld-Podcast – Der Monatsrückblick wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Raasfeld und Erle.